hallo leute von heute begrüße ich jetzt wieder zweiten folge let's play redstone staffel 2 wieder mal eine neue folge neue folge neues glück jetzt ist wieder mal tag und ich habe hier auf meinem zweiten bildschirm die koordinaten liegen und da kann ich schauen wo ich untergegangen bin also es war da drüben hier weiter vorne 34 235 aber die höhe spielt keine rolle 225 haben wir hier hier bin ich runtergegangen der letzten folge und jetzt bin ich ja der mine und ja jetzt habe ich kann wenn ich hier und drüben bin also würde ich haben so ist das habe ich zur hand so ein bisschen weil ich möchte zuerst das holzschwert aufbauen so kann ich es machen ich habe eine schaufel schwarz sicher hier und eine schaufel das magische wandern nur an dieser version ist hier drüben ist ein monster so viele erde kohle ist sehr 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 wertvoll weil kohle findet man ja überhaupt so weit unten die sind nirgends also nirgends also wirklich nirgends so ich würde eigentlich hier gerne erde haben da kohle nimmt natürlich gerade mit wenn hier der kohle gerade ist dann nehme ich das natürlich mit der frage und ich habe gemeint ist soweit unten diese mine also wenn sie weit nach hinten gelaufen zumal ich kann jetzt hier schön ganz unprofessionell hier das wieder zubauen dass das gar nie bemerkt dass ich da jemals war gar nie ja wo ist das eigentlich soll ich gleich auf eisen stoßen oder auf eine miene vielleicht hier vorne vorhin sind ein paar monster nice und ich brauche einen stein zackle ehrlich gesagt ausausweise crafte ich mir einen crafting table sonst würde ich wieder nach oben laufen aber das bringt es ja nicht nicht so 3 2 das geht schon mal viel schneller aber ich schaue natürlich noch ob es noch mehr gibt das 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 mach ich schon mal diese fertig mal da rüber gehen mal da rüber mal da rüber mal da rüber das ist so rot aber ich weiß nicht auf welche Höhe die sind ich habe hier noch mal eine nochmal eine spitz zackle ja was sind das für bälle da das sind wahrscheinlich fledermäuse aha da ist eine miene nice in der zweiten folge schon eine miene gefunden das ist doch schon mal gut oder so da ist nichts mehr aber da oben könnte dann noch etwas sein so da habe ich gerade weggepackt die steinspitzacke das habe ich beide angebraucht äh ja nehme ich auch mal zuerst diese und dann die andere aber ja vereisend so brauche ich eben eine mindestens eine steinspitzhacke ich könnte es natürlich auch mit einer äh diamantspitzhacke abbrauen wenn ich eine hätte so in der zweiten folge und schon eine miene gefunden habe ich schon mal gesagt ja ne ich wiederhole mich sehr gerne wenn ich nicht weiß was ich sonst erzählen sollte oder was noch interessant wäre könnt ihr mir einmal in die Kommentare schreiben so über was ich mal erzählen soll also ich werde dann natürlich entscheiden ob ich das in einem Video bringen kann oder nicht aber ich denke mal das sollte gut so ich glaube ich gehe ein bisschen wieder nach oben ja ich gehe wieder nach oben der Vorteil ist ich muss gar nicht springen ich mache es von alleine ich werde jetzt sozusagen hier die hände mal hier mal etwas trinken da draußen ist nacht aber ich habe ja ein schwert und da ist auch ausgeleuchtet äh äh Birkenholz hab ich noch Birkenholz ähm Birken, 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 Birkenholz aber das habe ich noch Birkenholz, Birkenholz ich habe alles verbraucht wenn ich zwölf Zombies mir nachrennen dann ist das schon mal gut wo ist noch einer? hier bist du hier bist du so alles Werkzeug hier im Inventar auch ist ja auch so das kommt hier hin 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 hier hin gerade zwei nein ich wurde in die Ding ins gezwängt in die Ecke gezwängt nein das wollte ich vermeiden wegen neustin ich bin wir haben jetzt ein schönes kaputt gemacht das war sicher nicht freund schon so da war irgendwie zu keine ahnung da ist ein Schwein schön da sind wir jetzt jetzt sind die Monster weg komisch aber die sind nicht weg nein ich muss wieder abbauen nein ich muss Essen haben komm gib mir Essen komm gib mir Essen zwei Spinnen kann ich mich noch anlegen aber wenn noch ein Creeple dazu kommt dann ist nicht mal gut nein ich könnte eigentlich schlafen gehen aber das habe ich nicht so vorgesehen nein fassen mich nicht blöder Zombie ich habe nicht mehr viele Herzen fassen mich in Ruhe ja nice ein Herz habe ich und essen dass ich wieder Heide so hier haben wir noch Eisenherz so jetzt schon mega ruhig jetzt sind es schon keine Monster mehr hier gibt sie ja nicht und ich möchte eigentlich da vorne da nach vorne gehen ein Birkenholz zu holen nice und jetzt Birke ich suche Birke 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 nein Aua das hat weh getan von der Kanal bis herz nein es hat noch ein halbes herz meh letzter Todespunkt alter Todespunkt Enderman lass ich jetzt in Ruhe nein nein lass mich nein Nein! Der arme Baum! Das läuft ja schon mal gut, oder? In etwa sieht der Berg gleich aus wie vorhin. Aber nur in etwa. Was? Steinschwert ist dann auch schon vollständig? Nein. Oh nein! 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 Oh ja! Oh nein! ich den boden aus dem dinge habe ich gerade punkte bekommen ich mach das haus selber aus ich mach den boden aus eichenholz wie viel habe ich denn noch wenn das holzwerkzeug fertig ist dann mache ich alles mit eichenholz so ist es so bäumchen ich hab noch ein eichen gesetzten stimmt ja jetzt bin ich schon bei 17 minuten aber nein das video fällt jetzt nicht auf aber ich hab jetzt einfach mal hier ich hab da mal geschaut wenn ich zu schnell drücke dann baue ich eine fackel hin so ist das wir haben noch eine eiche so ich glaube ich sollte gerade ein paar mehr gerade mehr eichen anpflanzen beispielsweise ja eigentlich einen eimer machen so aber ja ich habe noch Zeit weil irgendwann ist auch das flash fertig hatte ich jetzt bekam ich jetzt kein reichensetzling oder hier in der in der wäre geht hier wirklich findet du in der abgeschnetzelt 44 das reicht sicher das wollte ich nicht ich wollte nicht groß schreiben die schaufel ist jetzt dann auch fertig oh nice crafte ich mir eine neue und da habe ich die neue ja mit der geht es schon mal schneller und soll ich das im neuen stil machen ja der neue stil geht so dass ich eichenholz verwende vielleicht muss ich noch ein baum abbauen ne das könnte noch könnte reichen 4 bräuchte ich so ich mache schon mal das hier so habe ich das essen in der hand ich frage mich jetzt nur ne ich hätte das lieber das ist eine gute frage so dann es wird bescheuert aussehen birkenholz sieht der wohl am besten aus was sieht am besten aus wenn ich jetzt birkenholz nehme dann müsste ich eigentlich auch birkenholz nehmen dann müsste ich auch hier diese ein bisschen mehr kann man denn sagen keine ahnung wie ich muss becken nur den kunden hier von meinem haus setzen so diesen baum ja ich bin davon überzeugt aber doch egal sicher niemand dagegen wenn ich überlänge mache also länger als 20 kunden videos mache oder da sind die ersten folgen ich sollte doch jetzt an einem reichen wirkumsatzding bekommen ja die da haben wir doch auch noch ein mhm den einen nimm ich da und den anderen da sehe ich hier sehr nahe von uns so wie sieht das wie wird das wohl aussehen 3 ja 3 reicht aber wir können sich eigentlich auch erde hin platzieren das sieht ja niemand aber ich nehme über das ich nehme über das hm ne 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 sind blöd aus fischenholz also schwarz aber ist ein holz aber fischen sind die große bestimmt die wild das aussehen dann wäre es ein drast irgendwie ein bisschen ich finde das hm ne 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 Eine Axt meine ich. Eine Axt. So. Rein zufällig kommt da noch ein Baum hin. Rein zufällig ist er dort gespawnt. Ganz rein zufällig. So eine Axt möchte ich haben. So. Also jetzt kann ich auch noch hier hin platzieren. Ähm. Hm. Also was würde ich haben? Eine Axt. So. Muss ich zuerst hier mehr von denen machen. Kann ich hier gut sagen. So. Äh. Eigentlich wollte ich ja. Dingens machen. Nice. Durchgebraten. Äh. Ich wollte ja eigentlich Stein. Axt machen. Ja. So ist das. Also die Holzechse die würde ich dann als Brennmaterial für irgendwas brauchen. Aber nicht. Aber nicht um zu bauen. Weil noch mal drei Jahre bis man da fertig ist. Äh. So. Schaube ich hier mal. So. Jetzt hab ich noch mal einen. So. Hier kommt noch einer hin. Vielleicht hab ich noch mal einen Setzling. Dann kann ich hier noch einen hin platzieren. Ansetzling. Weil. Das ist ja irgendwo. Für der Natur. Ja. Ist ja auch natürlich. Ist ja auch. War ja auch vorhin so. Nice. Gerade drei. Vier. Von denen. Das ist. Nicht. Häufig. Aber Weizen wollte ich mal anpflanzen. Ja. Ja. Da war noch was. Ne. Ja. Komm. Ich mag das Gefühl noch. Und dann bin ich fertig für diese Folge. Und dann. Die ist dann in der nächsten Folge fertig. Äh weiter. Ist das wirklich mein Herz? Jetzt hab ich keinen Schmerz mehr? Nein. Lass mich in Ruhe. Nein. Ich schaff es vielleicht noch. Ich rüber zu kommen. Ohne zu. Sterben. Aua. Zu viel getan. Äh. Hier. Wollen. Essen. Und ich. Nein. Skelett. Im Wasser. Nein. Ah. Dafür hab ich im Wasser einer. Wasubi. Ich darf hier nochmal laufen. Ähm. An den Sitz. Äh. Ja. Ich hab. Ich glaube schon ein paar Sachen hier. Was ich eigentlich wollte. Ist. Hier im Inventar zu schauen. Ob ich hier noch. Irgendwas zum Essen habe. Ah. Ich hab hier keinen Hunger mehr. Stimmt. So. Also hau ich schon mal ab. So. Und so. Also hier nochmal Wasser hin platzieren. Dass mich. Beruhe. Da ist sie. Tempfen. Nein. Nice. So, hier kommt die Erde hin. Und dann haben wir hier die Hacke oder auch nicht. Aber die Hacke oder auch nicht. 4x4 Feld habe ich gesagt. 4x4. Hobby Gärtner. Ich mach das, dass ich nicht verhungere. Ich mach das nicht als Hobby. Äh, das muss ich auch. So, ich hab jetzt eine Endquelle. Nein! Och, nein. Menno. Muss jetzt da so unbedingt passieren. Ich bin wieder Creeper. Äh, das ist glaube ich ein Zeichen, dass ich... Ah! Ah! Nicht schon wieder. Nein, dass ich schlafen sollte. Ich geh jetzt schlafen. Bäh, 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 bäh. So. Ich baue das noch. Ah, jetzt sind schon 32 Minuten. Okay. Aber ich mache dieses Loch noch zu. Ich hoffe, dass es nicht gerade ein Creeper wieder kommt. Aber es sieht gut aus. Sollte gut aussehen. Wenn man hier Erde baut, dann... Ist das schon blöder mit dem Auto-Jump. Also ich möchte mal einen Microf Spieler sehen. So, das war irgendwie ein Schnitt. Wie immer. Genau noch kurz bevor ich das Video geendet habe. So ist das. So. Letzter Todespunkt. Ja. Ist das leider so... Ich habe mal gemeint, dass man andere Spieler dann sieht. Das würde ich dann sehen. Wenn ich dann... In halt... In dieser Mod spiele. Oh nice. Ja, mir ist echt sehr. Was soll ich schon mit Erde machen? Ist auch egal. So. Das nächste Mal kann ich dann hier weitermachen. machen versorgen sollte natürlich auch nicht gestoppt werden und das nervenschätzt hier wegpunkte und löschen 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 und löschen ja dann würde ich mal sagen ciao leute ja 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 ja